Was tun Menschen mit einem beschnittlichen bis geringen Einkommen, was würden Sie da eigentlich empfehlen? Die Frage ist, ob sie überhaupt was sparen können. Wenn sie es schaffen, was zu sparen, dann können sie Vermögen aufbauen. Wenn das 30 Euro im Monat sind, sind es 30 Euro. Dann können sie einen Aktiensparplan machen und zahlen immer ein. Dann gleichen sie die Schwankungen der Börse gut aus. Oder sie holen sich ein Aktiendepot beim Online-Broker und kaufen mal eine Microsoft-Aktie oder eine Daimler-Aktie. Man hat dann auf Dauer mindestens sechs, vielleicht zwölf verschiedene Aktien im Depot. Man handelt auch nicht damit, sondern man kauft kontinuierlich dazu. Die größte Herausforderung, wenn man keinen Fonds hat, sondern selber in Aktien einsteigt, ist, die eigenen Emotionen unter Kontrolle zu haben. Und gelegentlich kann man dann auch mal eine Goldmünze kaufen und auf die Seite legen. Also ich denke, mit ein paar Tausend Euro im Jahr kann man schon ganz ordentlich was machen. Und das baut sich dann auf. Dann gibt es das sogenannte Wunde des Zinseszinses. Also wenn man eine gewisse Rendite hat, dann kriegt man mal Zinsen und dann kann man die wieder anlegen. Und dann ist es schon wieder mehr Geld. Dann kann es so nach fünf, sechs, sieben Jahren. Ein bisschen Zeit braucht man. Und die haben die wenigsten. Dann sieht man, wie das ganz schön nach oben geht.